Am Sonntag, den 12. Juli 2015, fand die sechste Wetzlarer Polizeischau im Stadion Wetzlar statt. Den kleinen und großen Besuchern wurde unter anderem auch ein Polizei- und Bundeswehrhubschrauber präsentiert. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein Pro Polizei Wetzlar, die den Bürgern die Arbeit der Polizei näher bringen möchte und gegen Gewalt gegen Polizeibeamte wirbt. Eine wirklich gelungene Veranstaltung mit Vorführungen der Polizeihundestaffel Gießen, einem Selbstverteidigungskurs der Bundespolizei sowie einer fiktiven Geisellage, die vom Spezialeinsatzkommando Frankfurt am Main beendet wurde. In dem Szenario waren zwei JVA-Ausbrecher auf der Flucht, nahmen anschließend eine Geisel und konnten von der Polizei gestellt werden. Anschließend kam es zwischen dem SEK und den Ausbrechern zu einem Schusswechsel. Schließlich gelang es den Spezialeinsatzkräften, die Täter zu überwältigen und festzunehmen. Dankeschön! 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 Dankeschön!